So, du weißt, mit M drückst du die Karte auf? Ja, ich weiß die, die ich dir aufmache, ja. Ja, ich weiß es halt, gut, siehst du meine Markierung, ne? Ja. Okay, ich würde sagen, für den Anfang springen wir in diese Richtung. Ja, 3, 2, 1, go. Schön nach oben ziehen erstmal, dass wir schön weit fliegen können. W drücken und nach oben ziehen. Du fliegst nicht in meine Richtung. Fliege ich in deine Richtung? Drücke F jetzt, dann lösen wir den falschen jetzt schon aus. Äh, weiß nicht, lösen wir den falschen jetzt schon aus. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ah nein, ich muss kurz einmal drehen, 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 drehen. Du siehst, ich bin etwas über dir, also höher und weiter vorne. Okay, so. Du musst auf jeden Fall ziemlich weit nach vorne, weil in der Schule werden jetzt viele Leute sein. Also du bist jetzt, wenn man M drückt, bist du bei der Schule. Ja. Und da sind, gerade habe ich gesehen, da sind viele Leute hingeflogen. In der Schule? Mhm. Ah verdammt, wir sind nicht in der Zone. Das heißt, wir müssen jetzt looten, da wo ich hingehe. Ja, und dann da rüber, ne? Und dann schnell rüber. Aber das müsste klappen. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt schon bei den Sheltern sein. Aber jetzt wohl, ich sehe die halt gar nicht. Ne, nur Bäume. Kannst du mir Zeugs geben? Ne, ne? Nein, da ist ein Auto. Ich hole dich ab. Okay, perfekt. So. So, ich komme jetzt mit dem Auto in deine Richtung. Ja. Ich glaube, hier muss irgendwo dein. Guck mal, so ein Häuschen. Hast du schon Waffen, oder? Ne, ne, ich habe nur das Auto. Ich, äh... Ah, jetzt weiß ich ruhig. Weil wir sollten aber gleich in den Bunker, weil da gibt es besseren Loot. Ja. Wenn da noch keiner ist, dann... Oh Gott! Nein! Geh weg, lass mich in Ruhe! Oh Gott! Ich bin noch hier im Fall! Ich komme, rette dich! Ja, warte, da bist du auf mich. Ja, warte, da bist du auf mich. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich komme! Mach ich! Da bist du, da bist du, da bist du! Genau! Ich sehe dich! Überfahr den Mix einfach! Ja! Da ist irgendwo in Ruhe! Nein, ich habe ihn überfallen. Fehlen! Ah, nein, da ist noch einer! Ich steige ins Auto, aber wir können. Ja, ich habe ihn überrollt! Wir fahren, wir überfahren den einfach! Angriff! Ja! Ja! Okay, komm los! Komm, folgt mir einfach! Aber sind beide tot? Es waren zwei Stück! Ja, beide sind tot! Ich habe einen Kill, du hast einen Kill! Warte, warte! Sollen wir nicht? Nein! Nein, komm weiter! Wir haben wenig Zeit! Okay! Okay! Die hätten eh nur Pistels! Ach, zum Glück, Mann! Alter, richtig geil! Ähm! Nur zur Info, ich nehme das hier gerade auch auf! Was? Ja! Nein! Doch! Das wird ja dann das erste Video mit Fan! Boah! Ja, keine Ahnung, außer es wird nichts! Dann lösche ich das hin! Ja, okay! Ähm, meistens nehme ich aber auch noch Szenen! Und deswegen, ich habe noch so viel Auflage! Das heißt, es wird Monate dauern, bis das online kommt! Ja! Außer ich entscheide mich, das einfach früher zu nehmen! Na gut, ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme, ich nehme die, 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 äh, rein! Das war einfach legendär, wie wir von dir überfahren haben! Genau! Nimm die! Und die Stufe 2 wärst du! Stufe 2 wärst du! Ich weiß, die Stadt, die Stadt, die haben 16, würde ich die haben 416 nehmen! Oder möchtest du die Scar haben? Ja, wenn du möchtest, kannst du die Scar nehmen! Ne, 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 das ist keine Scar, das, ich gebe dir ne Scar! Oh, warte! Gegner, Gegner, Gegner! Ja, ne? Bleib, 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 weg, weg vom Fenster! Oh Gott, sie sind direkt hier! Oh, direkt hier! Aufpassen! Was ist das Verstoß eigentlich? Auto, 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 Auto! Geht da hinter dir, hinter dir! Hinter mir, hinter dir! Ah! Aus, komm raus! Hast du ihn umgebracht! Ja! Oh Gott, die Waffe zerzieht super stark, ey! Okay, okay, warte, 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 warte! Sicher die Lage! Äh, hier ist ne AKM! Du hast doch keinen Helm, ne? Nein! Aber die Maske wenigstens, ne? Aber die Maske, ja! Die wenigstens cool aus! Ja, super! Perfekt! Ich bin nicht ganz sicher, ich hab grad Leute gesehen, hab ich links von uns... Ja, das ist ein Spieler! Lauf du schon mal weiter! Nein, großer Wouter darf sie nicht sterben! Ich hab' mir einmal getroffen! Ich hab' noch mal getroffen, noch nicht in den Bäumen! Auf, weiter, auf, weiter, auf, weiter! Ich hab' nur einmal gehatet! Gehattet! Der trifft mich nicht! Der trifft mich nicht! Das schafft er nicht! Also mich haf! Dichter nicht! Ah, ich seh'n, der kommt zu uns! Und der zu uns? Ja! Hat's, ja, hat's! Dacht' er geschießt von der anderen Richtung! Ha! Hab' ich gesehen! Die Trottel! Aber ist er nicht meistens zu zweit oder so? Ja, aber der ist... Wenn der sofort stirbt, dann war er alleine! Ach so! Ach so gut! Ich nehm' noch das Zeug von dem und dann... Lauf schon mal los! Lauf schon mal los! Okay! Äh, ein Auto? Ja, oh Gott! Das ist hinter... äh... Bei uns, bei uns, bei uns! Der... der leckt aber auch um! Oder? Ich glaub' er hat ja auch umgeleckt... Ah, schön, hast ihn noch mal getroffen! Ja! Hat er aber die auch umgeleckt? Er ist zu hoch, find' ich... Ah, bei mir hat er voll geruckelt, ey! Aber, ähm, wir haben die gut vertrieben! Du Feindperson, tut mir leid! Gott, wo... wir fahren einfach auf... Oh Gott, wie fahren wir denn, ey! Ich muss nicht fahren mal über die Gründe! Nein, ich weiß gar nicht, wie... ich fahre hier! Ähm, also, folgt mein Plan! Okay! Ich will nämlich nicht in der Stadt sein! Ich will nämlich nicht in der Stadt sein! Ich will nämlich nicht in der Stadt sein! Kommt ein Auto! Schieß drauf! Ah, nein! Ich kann nicht schießen! Du fährst zickzack, du weißt es! Ja, ich muss halt... Verfolgt du das immer noch? Ja! Oh Gott! Schuss auf uns! Ich hab meinen Plan! Du hast doch grad Granate geworfen! Ja! Bisschen verrückt! Wieso? Du hast ihn nach vorne geworfen, oder? Ja, ja, natürlich! Ja, aber wenn wir da rüberfahren würden! Was wir schonmal gemacht haben im Auto... Ah, von der, ähm... Ah, der kommt wieder hin! Der Fickse, Alter! So, ich mach's kniechen! Ne Flasch hab ich mal im Auto geworfen! Und dann waren wir alle im Auto geflasht! Barser! Das war lustig! So, ist er immer noch hinter uns? Nein! Okay! Ich glaub hier war keiner drin! Wie ist hier aus? Also hier war schon jemand drin, aber äh... Okay, ich geh vorsieses habe, guck ich nochmal grad nach! Also hier ist schon offen... Ja, ja, hier war schon jemand drin, aber hier ist keiner drin, also... Keiner mehr! Okay, ich seh die Leute! Also, äh, geh weg, geh weg, geh weg! Geh rein, geh rein! Oder sonst sowas! Aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr! Weg aus meinem... Ah, die Küsse! Ich hab ihn ausgelacht! Kannst du mich eigentlich auch umbringen? Ja! Ja, deswegen... Lauf doch nicht zwischen das Kopf! Also ich... Er hat einen Teammate, der ist jetzt tot, aber er hat einen Teammate! Soll ich langsam rüberlaufen? Äh... Wir laufen langsam in deren Richtung! Müssen aber jetzt groß aufpassen! Ah, auf! Ich bin geschossen! Geh zurück, geh zurück, geh zurück! Aber der trifft mich, scheiße! Von wo kommt der? Ich seh ihn nicht! Von der anderen Seite, scheiße! Lauf zick-zack! Von der anderen Seite schießen die! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Hinter den Bäumen, hinter den Bäumen! Lauf zurück, lauf zurück, komm zurück, geh zu mir! Geh zur Treppe wieder! Ja, ja. Ich muss erst mal, äh... Der Ball hat auf mich! Scheiße, komm zurück zur Treppe! Nee, du musst aus der Schusslinie raus. Ich kann dich nicht retten, wenn auf dich geschossen wird. Was für Wichser sind das, Alter? Ich hab' dir gesehen, ich hab' dir gesehen, aber ich hab' den einmal im Kopf getroffen. Ich kann auch, hör' jetzt, kommt nicht zu dir, weil wenn ich dich versuche zu reviven und die schießen dann auf mich, dann sind wir bereit. Ich hätte gerne deine Mundi, aber ich riskier's jetzt nicht. Oh Gott, Steh' den. Wie kann ich jetzt zuschauen? Ich hab' das, ich hab' das noch nicht rausgezogen, wie man das bei dir einen Controller gibt. Was, muss ich bei dem Ding drücken, der Sattel? Eigentlich oft auf dem Knopf beobachten. Kacke, ich schieß grad echt kacke. Nein, ich bin schief im Kopf nun, wie war's das? Okay, du bist raus. Der Controller ist in mich verpackt. Oh Mann, ich hab' jetzt umgebracht. Ich hab' nur auf der Tasse gedrückt. Oh Gott, ich muss schwimmen. Und Gott, die Zone fickt mich gleich. Ich schwimme! Ich schwimme einfach! Also Umut, ich glaub' ich werde sterben. Batsch, dass du überlebst, Mann. Wir werden Erster. Was hab' ich dir gesagt? Ja klar, muss Erster werden. Also deswegen, ich weiß halt nicht. Ich hab' auch mal, als ich Kontrolle eingesteckt hab', will der mir die Kontrollsachen machen. Und ich hab' da nicht rausgefunden, wie ich dann... Ne, ich sterbe jetzt an der Zone. Ich schaff's nicht. So. Ich schaff's nicht. Ich sterbe durch die Zone. Ach. Oh Mut, ich komme zu dir. Ah. Ah. Da bist du nicht. Hey, mindestens ein Platz für ein. Ah. 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 Ist doch ein Tod. Hey. Platz 7 noch geworden. Ja. Platz 7? Ja. Weg. Team Rang 7. Es sind, es sind nur noch 6 Leute am Leben. Die sind alle an der Zone gestorben. Warte, warte, gerade eben 13 Leute. Es sind nur noch 6. Hey. 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 Punkt 7. Ok. ρί제가 Bis zum nächsten Mal zu.